so endlich mal ein schöner einsteiger beim andy heute auf 15 meter wassertiefe auf so einem dusseligen punkt im nirgendwo und der macht echt ärger da sehen wir das gelbe band im wasser verschwinden wir denken es ist ein großer Pollack wobei so flach wie das hier ist ein großer Pollack das ist aber mal ein richtig geiler Pollack das ist aber eine richtige Kirsche sauber und da haben wir den natürlich der ist richtig klasse schön an die